ARD Text im Auftrag von Funk Hey, lass mal Karten spielen. Aber freilich! Gewonnen! Mit dir, ich will ihn nicht mehr! ARD Text im Auftrag von Funk Ey, Jo Bob, hast du Bock mit neuem Eiffel zu spielen? Ja, 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 lass mal machen! Wirst rüber, Alter! Ja, Mann! Lass losgehen, Mann! Ja, trinke Wodka! Ja, Mann! Hey, lass mich doch mit dem Eiffel spielen! Warum hat mein Buch nur eine Seite? Ich weiß nicht, vielleicht klicken die zusammen oder so. Ach so. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Nicht getroffen! Verdammt, Mann! Ja! Geht raus, Mensch! Hey, Ernst! Ich hab ne Wii zu Weihnachten bekommen! Geh, Mann! Oh! Oh! Vielleicht muss man so ein bisschen andrehen, Nui! Ah, ich frag mich was wir die ganze Zeit falsch machen wollen! Wie so funktioniert denn das einfach nicht, hä?! Keine Ahnung, vielleicht werfen wir ihn nicht stark genug! 69 Millionen Menschen in Deutschland haben keinen Plan von Technik. Du hast es in der Hand. Mache den Unterschied. So, das war es jetzt mit diesem ein bisschen anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt mal kein Review, Testbericht oder News Video war. Sondern einfach mal wirklich was anderes. Das sollte jetzt so eine Art Mini-Werbespot für meinen Kanal sein. Und der ist jetzt entstanden zusammen in Kollaboration mit den zwei Jungs hier. Vom YouTube-Kanal Junggesellen. Was macht ihr so auf eurem Kanal so? Yo, wir machen so ein bisschen so Musikvideostyle-artiges. Parodien-Sachen, so eher so witzig alles. Und halt Comedy und auch Action-Videos. Zum Beispiel so eins hier. Mode nur eins. Ja, wenn euch sowas gefällt, könnt ihr öfters mal auf unserem Kanal vorbeischauen und unsere Videos angucken oder einfach mal sowas machen. Genau, also ihr habt es gehört. Wenn ihr euch für so Comedy interessiert und wenn ihr gerne mal was zu lachen wollt, schaut auf jeden Fall mal bei den Jungs vorbei. Ein Link zu dem Kanal ist unten in der Videobeschreibung, dass ihr es auf keinen Fall verpasst. Und ich würde sagen, das war es jetzt von unserem kleinen Weihnachts-Neujahr-Special. An dieser Stelle wünsche ich euch nochmal fröhliche Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Und natürlich auch ein frohes neues Jahr 2014. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz kurz bedanken für ein abartig, großartiges Jahr 2013 auf diesem Kanal hier. Und ich würde sagen, auf ein geniales 2014. Das wird auf jeden Fall sehr episch. Und genau, das war es. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.